Was ist das Jüdische Museum Frankfurt? Es wurde am 9. November 1988 von Helmut Kohl eröffnet, also zum 50. Jahrestag des Novemberprogramms und 1992 erweitert um das Museum Judengasse, was sich an dem Standort befindet, wo das erste jüdische Ghetto Europas einzusehen war. Es hat eine relativ renommierte Sammlung im Bereich der Zeremonialobjekte und der bildenden Kunst und hat bislang mehr als 100 Ausstellungen gemacht. 2011 hat die Stadt Frankfurt beschlossen, das Jüdische Museum zu erweitern und grundlegend zu erneuern und dafür im letzten Jahr 50 Millionen bereitgestellt, die auch noch erweitert oder ergänzt wurden durch das Land Hessen. Das Haupthaus, was Sie hier sehen, das Rothschildpalais, unmittelbar am Museumsufer gelegen, ist derzeit geschlossen und wird in dem Bereich, wo Sie den Baum sehen im Hintergrund, dann eben erweitert. Wir haben am 20. März das Museum Judengasse, den zweiten Standort neu eröffnet, in neuer Gestalt und ich stelle Ihnen jetzt den Eingangsfilm vor, wo sich das Museum auch ein wenig vorstellt. 1987 stößt man beim Bau eines Verwaltungsgebäudes auf die Fundamente von Häusern aus der Judengasse. Nach öffentlichen Kontroversen wird ein Teil der Funde bewahrt und 1992 als Museum Judengasse öffentlich zugänglich gemacht. 2016 nimmt dieses Museum neue Gestalt an. Der Eingang liegt nun direkt neben dem alten jüdischen Friedhof, an der Batonstraße. Die Ausstellung inszeniert wertvolle Gegenstände inmitten der archäologischen Funde. Interaktive Medienstationen geben einen Einblick in das Alltagsleben von Juden in Frankfurt. Das neue Museum freut sich auf Ihren Besuch. Sie sehen im Hintergrund auf der linken Seite, dieser Film ist Teil einer Medienauftaktinstallation, wo wir unten ein Modellhaft die Judengasse zeigen und es gibt eine Korrelation zwischen der Szenografie, in der die einzelnen Häuser der Judengasse illuminiert werden und diesem Film, von dem Sie jetzt den Webfilm, also einen Ausschnitt gesehen haben. Die Copyright sollte man etwas früher einblenden, hier sind sie, vor allen Dingen auf so einer Konferenz. Wie gesagt, am 20. März haben wir feierlich eröffnet und darauf sind wir auch natürlich ein bisschen stolz. Das ist eben ausgezeichnet worden mit dem Museumspreis der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen für das Museum sozusagen des Jahres 2016. Ah, die Copyrights kommen immer noch später und jetzt geht es nicht weiter. Hm, okay. Hier haben Sie einen Blick in die Ausstellung. Die Ausstellung, es wurden fünf Fundamente von fünf Häusern aus der Judengasse erhalten und die Ausstellung inszeniert in den Ruinen dieser Häuser Objekte, die damals vor Ort gefertigt oder genutzt wurden. Das neue Museum, das neue Museum, das wir im Jahr 2018 eröffnen wollen, ergänzt das bisherige Rothschildpalais um einen Erweiterungsbau und wird das Museum insgesamt in der Größe verdoppeln. Hier sehen Sie, das wird zwei Foyers umfassen, hier kriegen Sie einen ersten Blick in die Foyers. In dem Erweiterungsbau selbst werden wir einen großen Raum für Veranstaltungen haben, ein Café, einen Shop, eine neue Bibliothek und eine sehr große Neuräumlichkeiten für Wechselausstimmungen. So sieht das alte Rothschildpalais, was unter Denkmalschutz steht, das ist ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert im Moment aus. Und das ist, was passiert, wenn man erweitert, man hat solche Ereignisse wie einen Spatenstich und eine Grundsteinlegung, wo man solche Helme aufsetzen muss und Fotografen da sind. So, wir sind nicht das einzige jüdische Museum, was sich derzeit in einem grundlegenden Erneuerungsprozess befindet und es wäre eigentlich ein interessantes Thema, darüber zu sprechen, warum so viele jüdische Museen in Deutschland sich gerade grundlegend erneuern. Das erste, was ich Ihnen nennen möchte, ist das jüdische Museum hier in Berlin. Sie sehen hier einen Entwurf, den Innenraum des Kindermuseums, um den das jüdische Museum Berlin ergänzt wird. Das Museum macht auch seine Dauerausstellung neu. Das zweite jüdische Museum in Deutschland, was sich derzeit grundlegend erweitert, ist das jüdische Museum in Franken führt. Das kriegt also auch einen Erweiterungsbau und das in historischer Hinsicht sicherlich bedeutsamste Projekt ist das in Köln. Es ist ein seit 50 Jahren erstrittenes Museumsprojekt, was unmittelbar gegenüber des Rathauses in Ausgrabungen, die sowohl das römische Köln zutage gefördert haben, als auch die bedeutende jüdische Geschichte vor Ort, die zurückdatiert bis 100 nach, also die ältesten Funde. Diese Erneuerungsprozesse sind natürlich Teil von Erneuerungsprozessen, die insgesamt stattfinden und die ich Ihnen als Berlinerin und Berliner, wo ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen das nicht eigens vorstellen müsste. Was auffällig ist an den meisten Erneuerungsprozessen, das betrifft sowohl die jüdischen Museen wie auch die anderen Museen, ist, dass sie in den Zentren der Stadt stattfinden und dass sie im gewissen Sinne auch das Zentrum von Stadt neu definieren. Hier also die beiden großen Berliner Projekte der staatlichen Museen, das ist das Frankfurter große Projekt, das ist das Frankfurter Historische Museum, was im nächsten Jahr wieder eröffnen soll, unmittelbar am Röhn immer gelegen. Auch in Weimar gibt es ein großes Erneuerungsprojekt, das Bauhausmuseum Weimar. Das Sprengelmuseum hat sich erweitert und das ist bereits zwei abgeschlossene Projekte für Sie, nur als Horizont dessen, worüber ich spreche. Die Erneuerungsprozesse an Museen führen zwangsläufig dazu, dass man das eigene Mission Statement überdenkt, dass man neu definiert, wer man sein will, wer man war und wer man in Zukunft sein möchte. Sie führen auch zu neuen Organisations- und Entscheidungsstrukturen. Sie sind meistens verbunden mit einer Erweiterung des bestehenden Personalstammes, nicht immer, aber in der Regel. Sie führen zu jahrelanger Arbeit in interdisziplinären Teamkonstellationen, was nicht unbedingt die Gewohnheit ist in den meisten Museen. Und sie gehen eigentlich immer einher mit der Entwicklung von digitalen Strategien, die teilweise online betreffen, die aber auch natürlich das ganze Zusammenspiel von der digitalen Infrastruktur vor Ort mit der Online-Strategie betreffen. Hier haben Sie einen, für diejenigen von Ihnen, die sich derzeit in solchen Prozessen befinden, sicherlich vertraute Ansicht, das ist aus unserem Museum, man arbeitet da natürlich immer sehr viel mit Post-its, Mind-Maps und all solchen Dingen. Meiner Erfahrung nach gleichen diese Erneuerungsprozesse sozusagen auf substanzielle Art und Weise eigentlich digitalen Transformationsprozessen. Auf der rechten Seite sehen Sie den Digital Engagement Framework von Jasper Fisser und Jim Richardson, den ich nur empfehlen kann, der ist frei downloadbar. Das ist ein Tool, mit dem man sozusagen digitale Strategien entwickeln kann. Und dieses Tool legt großen Wert darauf, sozusagen zu balancieren, auf der einen Seite Engagement und auf der anderen Seite Outreach. Und legt auch großen Wert darauf, immer klar zu rücken, was sind eigentlich unsere Ziele und wie können wir diese Ziele messen. Auch das sind beides substanzielle Fragen für Erneuerungsprozesse von Museen. Erneuerungsprozesse von Museen erfordern neue Managementstrukturen. Weil, wie gesagt, wir arbeiten in multidisziplinären Teams, wir müssen andere Formen von Entscheidungen treffen. Wir müssen auch Entscheidungen treffen über Dinge, die wir bislang überhaupt nicht kannten. Also es erfordert andere und agilere Managementstrukturen. Es erfordert interdisziplinäre Teamarbeit. Und es erfordert, und darüber möchte ich eigentlich vor allen Dingen sprechen, eine Besucherorientierung. Meiner Ansicht nach können Erneuerungsprozesse nur dann nachhaltig sein, wenn sie einhergehen mit einer substanziellen Besucherforschung und einem genauen Wissen darum, wer sind die derzeitigen Besucher und wer sollen die zukünftigen Besucher sein und wie erreiche ich die. Das heißt, Ausgangspunkt für Erneuerungsprozesse an Museen, genauso wie im Übrigen für jeden digitalen Entwicklungsprozess, ist das, was man im Englischen eben Audience Orientation nennt oder Besucherorientierung. Und das geht einher mit diesen Fragen, die ich Ihnen da aufgeschrieben habe. Wir haben im Fall des Jüdischen Museums Frankfurt ganz gezielt genau unsere Zielgruppen aufgestellt und erforscht und dabei gearbeitet mit so einem Tool, was Sie auf der rechten Seite sehen, nämlich sogenannten Empathy Maps, wo es auch darum geht, nicht nur zu sagen, okay, das ist die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler achte Klasse, sondern auch zu überlegen, in welchem Rahmen kommt die ans Museum, was hat die vorher gehört, und wem vertraut sie, was denken die einzelnen Schülerinnen und Schüler, was sagen die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Da gibt es nämlich einen Unterschied. Und genau mit diesem Unterschied sind wir Museen in der Vermittlungsarbeit sehr stark konfrontiert, weil das, was sozusagen gedacht wird oder auf was gehört wird, nicht unbedingt das ist, was artikuliert wird in der Situation. Ich möchte im Folgenden über eine, das ist nicht wirklich eine Methode, aber eine Herangehensweise, die ich sehr hilfreich finde im Zusammenhang mit Erneuerungsprozessen, nicht nur digitaler Art, sondern eben auch solchen fundamentalen Erneuerungsprozessen, wie wir sie gerade durchlaufen, und das ist Design Thinking. Ich weiß nicht, inwieweit das schon eingeführt ist, in Deutschland ein eingeführter Begriff, deswegen erkläre ich Ihnen, was damit gemeint ist. Design Thinking ist im Silicon Valley entwickelt worden, in dem Zusammenhang mit Softwareentwicklung, weil man es sich sozusagen nicht leisten kann, Software zu entwickeln, die an den Nutzern vorbei entwickelt wird, dazu ist sie dann doch zu teuer. Und das Ziel von Design Thinking als Herangehensweise ist es, und das sehen Sie auf der rechten Seite in einer Folie vom Hanno-Plattner-Institut, hier in Potsdam für Design Thinking, das Ziel ist es, diese drei Faktoren, nämlich die Machbarkeit, die Vermarktbarkeit und die Wünschbarkeit, also sozusagen die, was ist machbar, was ist attraktiv und was ist affordable, das zusammenzubringen und zusammenzudenken. Und die Ausgangsvoraussetzungen für Prozesse, in denen mit Design Thinking gearbeitet wird, sind immer multidisziplinäre Teams, sind Räume, in denen man eben genau diese Form von Mindmaps und von Post-its und so sozusagen überall hin kleben kann und in denen man sich bewegen kann und es ist auf substanzielle Art und Weise Besucherorientierung. Der Prozess des Design Thinking durchläuft fünf Stadien. Das erste Stadium setzt Besucherforschung voraus, man definiert relativ klar, was die Zielgruppen sind, an die man sich wendet und arbeitet dann mit der Methode der Empathie, also so wie ich Ihnen das gerade von der Empathy Map her gezeigt habe, entwickelt eine Empathie für diese Besuchergruppe. Diese Empathie sollte möglichst ein bisschen auf Zahlen und statistischen Daten basieren und nicht auf reine Fiktion. Aber das ist sozusagen die erste Phase. Die zweite Phase ist, dass man genau definiert, was diese Besuchergruppe oder diese Zielgruppe, sozusagen was ist der Erwartungshorizont, was ist das Szenario des Besuchs. Die dritte Phase ist diese Phase der Definition von Sichtweisen und möglichen Konflikten. Das ist das, was ich Ihnen gesagt habe, die Besucher sagen nicht immer das, was sie unbedingt denken und das, auf was sie hören. Was sind die Erwartungen, die explizit sind? Was sind die Erwartungen, die implizit sind? Was sind die Enttäuschungen? Was bereitet Lust? Was bereitet Frust? Das sozusagen auf den Punkt zu bringen und zwar an einem möglichst konkreten Szenario. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, tatsächlich Prototypen zu entwickeln. Diese Prototypen müssen Sie sich nicht als sehr gestaltete Prototypen vorstellen. Das können wirklich gebaute Prototypen, die man einfach sozusagen zusammenbastelt sein. Die müssen aber, und das ist sozusagen der letzte Schritt, die müssen präsentierbar sein den Besucherinnen und Besuchern, dass sie ein bisschen verstehen, was sie da eigentlich sehen. Design Thinking an Museen ist eine Herangehensweise. Es versteht sich nicht als Methode, die in US-amerikanischen Museen sehr viel weiter verbreitet ist. Ein Beispiel, das Getty Institute arbeitet sehr lange schon mit Design Thinking. Sie haben zum Beispiel auf die Art und Weise eine neue mobile Ausstellung entwickelt. In Europa ein bekannteres Beispiel, was heute auch schon erwähnt wurde, das Rijksmuseum, hat die Anwendung Augmented Masterpieces in so einem Design Thinking Prozess entworfen. Und das British Museum, auch ein anderes europäisches Museum, was weitgehend mit Design Thinking gearbeitet hat, insbesondere um das Wayfinding zu verbessern. Wenn Sie das British Museum kennen, dann wissen Sie, dass Wayfinding dort ein großes Thema ist und in dem Zusammenhang haben Sie jetzt kurz mit sogenannten Design Thinking Sprints gearbeitet. Unsere Form, Design Thinking anzuwenden in diesem Jahr, war ein Pop-up-Boat-Projekt. Wir verstehen dieses Pop-up-Boat als eine Art Pilot für unseren Erneuerungsprozess. Und es ging uns dabei maßgeblich, uns als ein Museum zu präsentieren, was im Fluss ist und ins Gespräch zu kommen, ins Gespräch zu bringen und konkret ins Gespräch zu kommen und nachzufragen mit unseren Zielgruppen und unseren zukünftigen Besuchern. Und Katrin Schön, die Projektleiterin des Projekts, wird Ihnen gleich ein paar wesentliche Elemente dessen vorstellen. Guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein und Ihnen das Pop-up-Projekt, so wie wir es sechs Wochen lang diesen Sommer am Frankfurter Mainufer durchgeführt haben, vorstellen zu können. Die Idee für das Pop-up-Projekt ist diesen Frühjahr entstanden. Und die Idee war, dass wir die Ideen, die Konzeptionen, die Entwürfe und Themen der neuen Dauerausstellung in einem für einen kurzen Zeitraum den Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Wir haben uns überlegt, dass das Pop-up-Boot ein temporärer Ort in Frankfurt sein soll, dass wir eben kurz eine Art Plattform, eine Art Stadtlabor, wenn man so möchte, ganz konkret für unsere Themen eröffnet, den Besuchern ein attraktives Kultur- und Veranstaltungsprogramm anbietet, abends und tagsüber Workshops und Angebote schafft, um Gesprächsanlässe mit den Besuchern zu kreieren und eben mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen über unsere Themen und über die Perspektiven der Besucher auf die Themen der neuen Dauerausstellung. Einen Gesprächsanlass sehen Sie schon hier auf der Folie unten rechts. Und zwar sehen Sie eine Pop-up-Ausstellung. Wir haben 13 Objekte aus unserer Sammlung ausgewählt, die mehr oder weniger mit den Themen, die wir in der neuen Dauerausstellung besprechen werden, zusammenhängen. Das sind ganz kuriose Objekte, wie die gelbe FDP-Krawatte von Ignaz Bubis, aber auch der Gurgelhupf der Familie, oder ein Gurgelhupf der Familie Rothschild. Diese Objekte können für Besucher spannend sein. Manchmal stutzen die Besucher und fragen, was macht dieses Objekt eigentlich in der Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt und warum wird es hier ausgestellt? Das heißt, wir wollten die Besucher so ein Stück weit vor den Kopf stoßen und gleichzeitig eben mit ihnen über unsere Ideen ins Gespräch kommen. Partizipation war uns dabei eine Herzensangelegenheit, denn es ging darum, unsere Ideen in die Stadt zu bringen und die Reaktion darauf wieder einzufangen. Wir haben das ganz konkret mit Fragen gemacht. Eine Möglichkeit, das Feedback oder die Wünsche der Besucher einzufangen, ist, indem man sie einfach fragt. Das haben wir gemacht, indem wir eine sehr große Feedback-Wand auf dem Pop-up-Boot eröffnet haben oder angelegt haben, auf der ganz groß stand, was wünschen Sie sich vom neuen Jüdischen Museum. Das heißt, wir konnten so erste Trends, erste Themen, erste Probleme und digitale Bedürfnisse, ich weiß nicht, wie oft wir Free-Wi-Fi auf dieser Pop-up-Feedback-Wand stehen gesehen haben, wir konnten erste Trends und erste Bedürfnisse einfangen. Wir haben aber auch die Plattform, die wir auf diesem Boot geschaffen haben, genutzt, um von unserer Seite aus Themen zu setzen. Wir haben die Vorstellung, dass das neue Jüdische Museum im weitesten Sinne ein Museum für alle sein kann. Deswegen ist das Thema Inklusion eines, das wir im Rahmen von einem Workshop vorgestellt haben, also in Experten-Workshops, in denen wir die Perspektiven der Besucher eingefangen haben. Da ging es zum Beispiel darum, wie wir damit umgehen, wie wir das Museum tatsächlich zu einem Museum für alle machen können, welche Dinge, die wir beachten müssen, welche Fragestellungen wir berücksichtigen müssen und welche vielleicht auch gar nicht. Ein weiterer Workshop, in dem wir wieder ein Thema in die Stadt reingebracht haben, war, wie gehen wir in unserem Museum mit gendersensibler Sprache um. Ist das ein Bedürfnis der Besucher? Und wenn ja, auf welche Art und Weise sollen wir gendersensible Sprache in unseren Ausstellungstexten verwenden? Das heißt, diese Workshop-Themen haben wir gesetzt und haben da auch ein sehr großes Publikum, das uns gefreut hat, akquirieren können, die ihre Perspektiven auf diese Fragestellungen und auf unsere Themen mit uns geteilt haben. Teilen und mitbestimmen. Also gestern war das Thema ja auch recht bekannt, Machiavelli hat es schon mal vorgegeben. Wir wollen nicht teilen und herrschen, aber wir wollen mitteilen und Informationen integrieren in unsere Entscheidungsprozesse und das haben wir mit ganz konkreten Dingen gemacht. Mit dem Neubau des Jüdischen Museums entsteht nämlich ein Museumsvorplatz und dieser Museumsvorplatz braucht einen Namen. Warum fragen wir also nicht die Besucher, was für einen Namen sie gerne für unseren Museumsvorplatz hätten? Das haben wir gemacht, indem wir hier oben, wie Sie sehen, vier Personen zur Auswahl gestellt haben. Frauen hatten ganz große Konjunktur, deswegen können wir hier auch schon einen Trend ablesen, oder wir meinen zumindest einen ablesen zu können, dass Frauenthemen eine Relevanz für unsere Besucher haben. Aber nicht nur Frauenthemen, sondern auch religiöse Themen. Ich habe jetzt sehr oft von Perspektiven gesprochen. Perspektiven sind Reaktionen oder wir wollen Reaktionen einfangen von den Besuchern und das sind zum einen Reaktionen, die wir in Gesprächen bekommen. Wir haben im Tagesprogramm Meet the Curator Workshops angeboten und Lunchtalks und sind so mit den Besuchern ins Gespräch gekommen. Aber diese Lunchtalks und diese Informationen, die wir alle angeboten haben, mussten wir auch vermitteln. Und das haben wir getan mithilfe einer sehr jungen, frischen, hippen Website, die Sie hier sehen können. Die kann man auch immer aufrufen, die ist noch nicht archiviert, zumindest nicht bei The Internet Archive, es geht noch ganz normal. Die Website ist www.popupboat.jüdischesmuseum.de ein ganz kurzer Name. Was wir auf dieser Website gemacht haben, ist, dass wir zum einen senden, das heißt, wir vermitteln Informationen über unser Programm. Was wir aber auch getan haben, ist, dass wir die Reaktionen der Besucher auf visueller Ebene wieder eingebunden haben. Und zwar haben wir zum einen die Möglichkeit genutzt, ganz einfach Facebook-Kommentare einzubinden, aber auch tatsächlich visuelle Perspektiven der Besucher auf unserem Popup-Boot mithilfe von Instagram auf unsere Popup-Boot-Website zu integrieren. Und das ist ganz toll, weil wir dadurch eine ganz starke Community bekommen haben, von der wir davor noch gar nicht wussten, dass es sie gibt. Und das Schöne ist, dass wir einen sehr engagierten Online-Redakteur haben, der auch immer wieder in den Dialog einsteigt, um die Besucher, die wir durch das Popup-Projekt gewonnen haben, weiterhin an uns zu binden. Und an dieser Stelle komme ich zu dem Punkt Nachhaltigkeit. Was bringt ein sechswöchiges Projekt am Frankfurter Mainufer? Zum einen hat es gezeigt, dass wir als Jüdisches Museum in Frankfurt einen fundamentalen Erneuerungsprozess durchmachen. Wir haben unsere neuen Ideen geteilt. Wir haben gezeigt, dass wir eine andere Ästhetik in unserem Internetauftritt verfolgen in der Zukunft. Und wir haben angefangen, die Bedürfnisse der Besucher aktiv in unseren Entscheidungs- und Kreativprozess oder wissenschaftlichen Prozess mit einzubinden. Wir wissen jetzt, dass gewisse Themen relevant sind und interessant sind für unsere Frankfurter Besucher. Und wir wissen, dass andere Themen vielleicht noch anders aufgearbeitet werden müssen, um in Zukunft auch ein großes Publikum zu akquirieren. Insofern seien Sie gespannt, wenn Sie es nicht geschafft haben, hier zu uns 2016 nach Frankfurt zu kommen. Kommen Sie 2017, weil das Boot wiederholt werden wird. Soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe die Möglichkeit, fünf Minuten Fragen zu stellen. Entweder zu der Theorie, zu der Herangehensweise und gerne auch zum Museum. Wenn man sich diese frischen und jugendlichen und originellen Gedanken anhört und das dann verbindet mit einem Museum in Frankfurt, mit dem ich mich jetzt viel beschäftige, aber mit dem Städel, von dem ich denke, dass es nicht nur im Digitalen eine für Deutschland wirklich wegweisende Bedeutung hat, dann liegt das natürlich an Personen. Es liegt an Ihnen und es liegt beim Städel, am Holler. Ich würde mal meinen, das muss auch irgendwas mit dem Spirit einer Stadt zu tun haben. Können Sie uns erklären, was in Frankfurt anders läuft als zum Beispiel in manchen süddeutschen Städten? Also, Max Holler, der sehr gerne auch in Frankfurt gelebt hat, genauso wie ich, die ich jetzt wieder in Frankfurt lebe, ich bin in Frankfurt geboren, wir haben uns da auch mal darüber unterhalten, was das Schöne ist an der Museumsarbeit in Frankfurt, ist, dass sie wirklich sehr konkret in der Stadt ist und unterstützt wird von einem bürgerschaftlichen Engagement, das seinesgleichen sucht. Wir sind als Museen alle nicht stark, also wir sind natürlich öffentliche Museen, das heißt, wir haben eine Grundfinanzierung, die uns trägt, aber alle unsere Projekte, so auch ein Pop-up-Projekt oder auch die Digitalstrategie von Max Holler sind alle komplett getragen von bürgerschaftlichen Engagement, das heißt von Stiftungen und von Personen, die das relevant finden. Damit ist das Ganze, so sagen, sehr viel mehr eingebunden, schon von vornherein in sowas wie eine Gesellschaft. Und ich denke, das trägt dazu bei, dass diese Projekte präzise werden und dass man eben auch, über das, was ich gesagt habe, was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir präzise darüber nachdenken, wer sind unsere Besucherinnen und Besucher, wir kennen sie auch und dass wir für die auch diese Angebote gestalten, denn sie sind es auch, die uns finanzieren und in Frankfurt in einem sehr viel konkreteren Ausmaß. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Mich würde interessieren, ob Sie mit diesem Pop-up-Board auch negative Erfahrungen gemacht haben. Nein. Nein, ich kann das ganz klar, das muss ich auch über die Diskussion, die heute Morgen geführt wurde, sagen. Wir haben natürlich als jüdische Museen erhöhte Sicherheitsanforderungen, wir hatten auch Sicherheit an Bord, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht eine Person gab, die wir mal von Bord schmeißen mussten oder irgend sowas. Ich muss Ihnen auch sagen, ich meine, wir sind die Museen, die am stärksten und zwar vor allen Dingen in Zeiten wie jetzt natürlich uns Gedanken machen darüber, was bekommen wir eigentlich für, was bekommen wir für antisemitische Zuschriften oder so und es ist uns auch passiert in Frankfurt, dass an der Erinnerungsstätte Großmarkthalle, die wir mit konzipiert haben unter der EZB die Identitäre Bewegung zum Beispiel ein Spray sich verewigt hat. Ich muss Ihnen sagen, diese Arten von Erfahrungen sind wirklich peripher und haben dieses Projekt überhaupt nicht tangiert und interessanterweise passieren sie auch ganz selten auf Social Media, eigentlich fast gar nicht. Was meine These bekräftigt, dass in dem Moment, wo wir uns als ein Museum präsentieren, was im Gespräch sein will, dann haben wir auch eine Gruppe von Unterstützern, die uns im Gespräch hält und möglicherweise opponiert. Also ich kann klar verneinen, es gab nicht eine Person, die in irgendeiner Form unangenehm oder aufdringlich oder so gewesen ist. Erstmal vielen, vielen Dank für die Präsentation von diesem großartigen Projekt. Ich bin ganz hingerissen und ich finde es auch einen ganz tollen Abschluss jetzt von der Tagung, dass ihr nochmal gezeigt habt, dass eigentlich digitale und analoge Prozesse und die Entwicklung von digitalen und analogen Projekten ganz ähnlich abläuft und dass vieles, was wir hier diskutieren zum digitalen Bereich natürlich auf den analogen genauso zutrifft. Und was ich auch toll fand an dem Projekt, ist, dass die Besucher sowohl auf digitaler als auch auf dieser analogenen Ebene angesprochen werden. und meine Frage an euch ist, also heute Morgen fiel ja der Begriff, dass das Internet die Menschen unsurz, also so ein bisschen klang es so, als würde die Unsozialheit der Menschen durch das Internet befördert werden. Könnt ihr Tendenzen sehen an diesen, an der analogen Partizipation von Besuchern und der digitalen, dass die, diese Besucher eigentlich aus anderen Bereichen kommen oder sind es genau die gleichen Menschen, die sich einmal analog und einmal digital äußern? Nein, das sind nicht die gleichen. Digital haben wir internationale Besucher, das ist schon mal der erste Unterschied. Analog oder es war ein Projekt in Frankfurt. Also das ist, das haben vielleicht Menschen noch wahrgenommen, die nicht in Frankfurt wohnen, davon gehört hatten, aber es war wirklich ein Frankfurter Projekt und es war aber oft in dem Bereich der Social Media Kommunikation, auf die wir gesetzt haben, weil es für uns ein soziales Projekt war, war es ein internationales Projekt und international diskutiert, bei Ask the Curator oder bei solchen Ereignissen. Das ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte noch was sagen zu dem ersten Teil von deiner Anmerkung. Ich habe ja bewusst jetzt zum zweiten Mal in dieser Konferenz den Ausdruck Postdigital platziert, weil ich das ganz wichtig finde, darüber nachzudenken, dass mit dem digitalen Wandel oder der digitalen Transformation, der für mich im Wesentlichen ein sozialer Wandel ist, wir auch zu ganz vollkommen neuen Organisationsstrukturen kommen sollten und dass wir ihn vor allen Dingen auch politisch denken, nicht nur auf der Ebene von Urheberrecht, sondern das, was wir im Moment sehen, politisch, als einen politischen Wandel, der sich vor unseren Augen entfaltet, hat in Teilen auch mit dem digitalen Wandel zu tun und ich finde es ganz wichtig, dass wir über Digitales in dieser Form nachdenken und damit auch darüber nachdenken, was sind unsere Handlungsoptionen eben nicht nur im Digitalen, sondern konkret in dem, wie wir miteinander leben, im Sozialen. Hier ist noch eine Frage. Ja, Paul, darf ich? Ursula von Keitz, Filmmuseum Potsdam. Sie haben einige Punkte genannt, die natürlich wir auch permanent diskutieren bei unserem Haus, weil wir sind auch natürlich in Wandlungsprozessen auf verschiedenen Ebenen begriffen, ohne dass das jetzt so dramatisch ist, wie Sie es geschildert haben mit Erweiterungsbau und so weiter, neue Dauerausstellung. Meine Frage wäre, Sie haben ja nun mit dem Boot so eine, ja, ein wirkliches Boot gelandet, um über den partizipativen Weg etwas einzusammeln, sozusagen, nach Bedürfnissen zu fragen und so weiter und das ist ja nun sehr gelungen. Mich würde interessieren, wie Sie ansonsten Besucherforschung im Haus organisieren, das heißt, wie gehen Sie um mit den Rückkopplungen, die Sie bekommen, also mit den Informationen, die Sie einsammeln, auf, nehme ich mal an unterschiedlichen Ebenen, weil ich glaube, davon ist ja jedes Museum heute betroffen, im Sinn von eine möglichst breite Besucherschicht, ich glaube, das ist klar, das würde wahrscheinlich jeder Museumsleiter sagen, jede Museumsleiterin sagen, dass wir nicht Frauen über 50 und Männer unter 20 ansprechen wollen, ja, also möglichst breit. Ich würde wirklich nach dem organisatorischen Rahmen fragen, wie Sie mit Daten aus der Besucherforschung im Haus umgehen, um das dann auch entsprechend valide zu machen für Displays, für Dauerausstellungsaspekte oder auch gegebenenfalls auch für künftige Wechselausstellungsprojekte, mit denen Sie umgehen werden. Also, die kurze Antwort wäre, wir haben gar nicht so viele Daten, wie Sie denken. Wir sind nicht so ein großes Haus. Wir sind ein Haus von 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich finde es ganz wichtig, beim Thema Besucherforschung die Personen einzubeziehen, die konkret mit Besucherinnen und Besuchern zu tun haben. Das ist Besucherservice, das sind Guides. Das heißt, wir arbeiten konkret, setzen wir uns einfach in interdisziplinären Teams zusammen und tauschen die Erfahrungen aus. Wir haben natürlich Besucherstudien gemacht und aus denen haben wir erfahren, wie viel Prozent Hochschulabschluss und wie viel Prozent irgendwie, welche Sprache und all dieses. Das sind für uns Anhaltspunkte für das, was wir entwickeln, aber es sind eben nur Anhaltspunkte. Viel maßgeblicher ist für uns das, was man wahrscheinlich in der Besucherforschung korrekt Fokusgruppenevaluation nennen würde, eben solche Workshops mit diesen Zielgruppen, über die wir uns vorher Gedanken gemacht haben und denen wir konkret ausprobieren, funktioniert das so, wie wir uns das gedacht haben. Und diese Workshops bereiten wir eben in diesen interdisziplinären Teams aus Pädagogen, aus Besucherservice, aus Kuratoren, mir, gemeinsam vor. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.